Hallo, mein Name ist Alena, ich bin 16 Jahre alt und zusammen mit Kulturwerke Deutschland reise ich für ein Jahr nach Australien, um dort mein Auslandsjahr zu verbringen. Meine Reise begann ziemlich früh am Morgen um 4 Uhr. Der Flug war sehr angenehm, es gab keine Probleme. Wenn man irgendwelche Fragen hatte, konnte man die Leute dort alle fragen. Sie waren alle sehr lieb und nett, das war alles gut organisiert. Als ich dann in Australien angekommen bin, hat mich meine Gastmutter abgeholt und sie hat mich sehr herzlich empfangen. Ich habe mich direkt wohl gefühlt und ich lernte dann auch meinen Gastbruder und meinen Gastvater kennen. Ich habe mit ihnen zu Abend gegessen, aber da es dann schon auch abends war, ging es sehr früh ins Bett. Am nächsten Tag habe ich meinen Gastvater mitgenommen, in den Strand zu gehen und ich habe das erste Mal das australische Meer gesehen und es war wunderschön. Er hat mich noch zu weiteren Sachen mitgenommen, wie ihr hier einen kleinen Clips seht, die ich aufgenommen habe. Mein zweiter Tag war dann auch sehr spannend, denn ich ging das erste Mal mit meinem Fahrrad an den Strand und ja, der Strand war sehr schön. Und ich habe auch schon ein paar Leute kennengelernt aus meiner Nachbarschaft, welche auch Austauschschüler sind. Mit denen habe ich dann auch schon etwas unternommen. Ich bin an den Strand gefahren und ja, ich wohne sehr nah am Strand und meine ersten Tage waren wirklich, ja, ich habe wirklich viel den Strand gesehen. Ich bin an den Vergangenheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Und am Montag ging ich dann auch direkt in die Schule. Das war gut, dass ich direkt in die Schule gehe, denn so habe ich jetzt einen Alltag und ich lerne neue Leute kennen, mit denen ich etwas unternehmen kann. Und der erste Schultag war sehr spannend, es sind viele neue Dinge. Ich bekam eine Schuluniform, was ich in der Schweiz auch nicht kenne. Das waren eigentlich auch schon meine ersten Tage hier in Australien. Es war sehr spannend, aber eine coole Zeit und ich denke, ich hatte auch ein bisschen einen Kulturschock oder auch schon ein bisschen Heimweh, aber ich denke, das ist normal. Falls ihr noch weitere Videos sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Hier vom Kulturwerk in Deutschland, hier kommen sehr viele spannende Videos online. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei mir. Dankeschön! Vielen Dank.